Nein, ich pass nicht auf ihn auf. Mama, ich hab sonst keinen. Aber geh mir nicht auf die Nerven. Du spielst mit René. Ich weiß ja nicht mal mehr, wie sie heißt. Paulette. Na los, spiel schon. Alzheimer. Sie dürfen nicht alle Ausländer für ihr Unglück verantwortlich machen. Aber ich spreche doch nicht von Ihnen, Vater Baptiste. Sie hätten es wirklich verdient, weiß zu sein. Ich komme, um zu Pfennig. Scher dich zum Teufel. Hier? Das können Sie mir nicht antun. Ich hab nur die Mindestranse zum Leben. Ich will Drogen verkaufen. Die Schwiegermutter, die ist speziell. Kuckuck. Hier ist Oma Paulette. Haschisch. Hasch Ganja. Wie viel Pubis? Shit. Keine Sorge, Oma, wenn der Stoff gut ist, komme ich wieder. So schnell? Ich bin eine Geschäftsfrau. Yeah, you really got me. Das ist doch die Drogen, Oma. Ich verkaufe Kekse, ist das verboten? Space Keks. Eine geniale Idee. Wir arbeiten und wir verdienen. Ich gebe euch 10% für jeden neuen Kunden, den ihr mir bringt. Okay. You really got me. Aber Vorsicht. Niemals harte Drogen. Aber natürlich nicht. Ich hab das Gefühl, ich verändere mich. Ich hab mich sogar schon mit dem kleinen Schwarzen angefreundet. Wir erweitern jetzt unser Business. Du nimmst deinen Platz ein. Ach, scheiße. Fangen Sie nicht wieder damit an. Was haben Sie denn da drin? Paulette. Drogen. Ha, 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 ha. Das ist ein toller Witz. Das ist ein toller Witz.